moin moin leute mein name ist rey phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem kleinen video rund um rift sternenfall prophezeiung oder auch starfall prophecy genannt das ist rift 4.0 und in dem video in der letzten woche habe ich euch ja rift in einem program korn vorgestellt heißt in diesem video habe ich gezeigt was nicht gut an rift was nicht so gut an rift und für diejenigen von euch nicht wissen rift ist ja ein handelsübliches mpg welches mal abo und buy to play war und vor geraumer zeit also schon gut ein zwei jahre her ist das ganze dann auf ein free to play modell gewechselt es gab viele sachen die damit geändert wurden und jetzt vor gut zwei wochen ist es sternenfall prophezeiung ein richtiges addon für rift rausgekommen welches aber kostenpflichtig ist heißt ihr müsst das falls ihr es spielen möchtet kaufen könnte aber rift im allgemeinen ansonsten komplett kostenlos spielen natürlich ist die große frage was bringt dieses addon und ich habe in meinem program video von letzter woche schon gesagt findet ihr übrigens in der video beschreibung falls sie es noch nicht gesehen habt da habe ich gesagt okay ich hole mir die prophezeiung jetzt noch ein bisschen länger an um euch dann guten eindruck davon zu geben okay würde ich in kauf empfehlen für weh würde ich vielleicht in kauf empfehlen und was erwartet euch überhaupt in diesem spiel und damit möchte ich auch anfangen was erwartet euch bei sternenfall prophezeiung im großen und ganzen ist es so dass ein komet auf die welt von telara also auf die rift welt zu rast und ihr auf diesen komet geht und dort mehr oder weniger versuchen möchte da einen turm zu zerstören der diesen komet zusammenhängt denn er hat verschiedene ebenen in sich zusammen gescharrt deswegen gibt es auch unterschiedliche gebiete die unterschiedlich aussehen und ich muss sagen die geschichte war schon interessant aber es ist super schwer für jemanden der wie ich sehr lange kein rift gespielt hat in diese geschichte rein zu kommen deswegen habe ich ja auch mein mein pro in korn video gesagt ich habe relativ wenig oder relativ am anfang angefangen seit einem neuen charakter erstellt und erst dann mich ein bisschen weiter mit der sternen fall prophezeiung auseinandergesetzt denn eine sache die definitiv dabei ist was ich gut finde ist ein instant boost rift geht im normalfall bis level 65 sternfall prophezeiung erhöht den level cap auf level 70 wenn ihr sternen fall prophezeiung kauft bekommt ihr automatisch für einen charakter nachweilen level boost auf level 65 damit ihr direkt den neuen content genießen könnt das finde ich ist immer eine ganz coole sache content wie es sich erwarten euch insgesamt fünf neue gebiete das einmal das karaternwald die getlonianisches oder das getlonianisches ödland warum gibt man solche namen an solchen gebieten ach schon fall super einfach tenebrische spaltung und xartsumpf wann was für zungenbrecher diese biete sind unterschiedlich aufgeteilt es ist so dass ihr dort von level 65 bis level 70 leveln könnt und diesen auch für bestimmte level geeignet aber im großen und ganzen ist ja auch das so dass wird mit dem enttoren system euch eigentlich eben auch erlaubt auf jeden level stufe mit eurem charakter zu spielen nur nicht auf höher level liga das wird natürlich ein bisschen schwieriger und deswegen kann man halt ein bisschen hin und her switchen eine sache die mir nicht so gut gefallen hat bei dem neuen addon ist definitiv die level kurve was meine ich damit um das neue er zu spielen solltet ihr euch viel zeit mitbringen und auch viel geduld denn das leveln geht sowas von langsam voran das geht gar nicht ich habe glaube ich so 45 stunden am stück gespielt habe nicht so auf meinen ep-balken geachtet als ich dann wieder auf den ep-balken geguckt habe dachte ich mir wow das war jetzt nicht mal 15 prozent des levels mache ich vielleicht was falsch könnte sein denn ich bin jemand der tatsächlich auf dem weg jede quest annimmt und noch mal nach links und nach rechts und da könnte auch noch etwas sein und deswegen vielleicht hat das ganze ein bisschen länger gedauert grafisch gesehen ist die sternfall prophezeiung definitiv ein upgrade gegenüber den alten gebieten von rev die gebiete sind voller sie haben viel mehr pracht an details und es sieht alles schon ein bisschen frischer und neuer aus das hat mir auch richtig gut gefallen wir haben aber auch an dem system ein bisschen was verändert zum einen gibt es jetzt gerade in rift und auch in andernischen und schlagzügen individuelle belohnungen das bedeutet dass ihr euch nicht mit anderen darum streiten müssen müsst bekomme ich diesen item oder ja droppt etwas was für zwei unterschiedliche gut sein könnte nein ihr bekommt für eure anstrengung für euer teilnehmen an den event an sich bekommt ihr direkt eine individuelle bedungung was ich eine sehr coole sache finde weil das ganze natürlich dann ein bisschen mehr dazu ja forderte mit anderen zusammen zu spielen und dann zu machen weil man definitiv was raus haben wird davon im großen und ganzen gibt es nicht viele sachen was die seelenbäume anbelangt es gibt keinen neuen seelenbaum was ich bei so einem error tatsächlich erwartet hätte es gibt aber legendäre mächte legendäre mächte ist so dass ihr von 65 oder beziehungsweise ab 66 bis 70 insgesamt drei legendäre punkte bekommt die ihr in eurem seelenbaum investieren könnt damit könnt ihr bestehende skills einfach verbessern so dass sie einen legendären status bekommen und einfach mehr schaden machen oder zusätzliche passive fähigkeiten triggern das ist ein interessanter ansatz um eben nicht alle seelen davon gibt schon einige in rift komplett überarbeiten zu müssen sondern einfach nur zu sagen hey du kannst dein charakter noch ein bisschen spezifischer anpassen das fand ich richtig cool es gibt auch insgesamt drei neue dungeons in diese bin ich aber nicht reingegangen denn rift bietet eine sache die mir persönlich gut gefallen hat die auch das wie sagen wir das einsteigen für neue spieler richtig gut machte und das passt sogar auch in dem addon sind die sofort abenteuer auf level 65 habt ihr nicht nur und dann gibt es auch noch die rift abenteuer das bedeutet dass ihr euch zu jedem zeitpunkt einfach über ein menü für lang sein aber nach jedem szenario bekommt ihr zum einen eine direkte belohnung was über verschiedene währungen sein kann die ihr dann für ausrüstung ausgeben könnt aber auch direkte items und das ganze fühlt sich immer an wie einen kleinen mini dungeon die rift ja abenteuer fand ich sehr interessant denn dort bekommt ihr in ein komplett anderes gebiet wo verschiedene rifte auftauchen und ihr als raid ein rift nach dem anderen besiegen könnt um dann am ende noch mal so einen riesen rift gegner zu besiegen welches zwar ziemlich cool aussieht mich persönlich aber und das war über alle bosse die ich gesehen habe von den mechaniken des bosses her ein bisschen enttäuscht haben ich hätte ein bisschen mehr erwartet man sieht halt die einen die normalen area of effect ja beschränkungen auf dem boden dass man ganz genau weiß oh hier sollte ich nicht stehen oh ich blinke gerade vielleicht sollte ich von anderen weggehen aber es war jetzt nichts da dass man sich unglaublich viel absprechen müsste mit dem neuen dungeon feindern nicht dann sondern schlachzugs feindern könnte es sein dass in den schlachzügen ein bisschen mehr absprache zu geltung kommt mich persönlich hat es aber nicht so interessiert denn ich bin halt immer noch nicht zu level 70 gekommen habe aber schon genug des addons gesehen um mir eine ziemlich gute meinung darüber bilden zu können im großen und ganzen sind das so die wichtigsten sachen es gibt noch andere sachen mit den ebenen fragmenten es gibt auch eine möglichkeit halt eure dimensionen neu gestalten zu können es gibt festungsbelagerungen im pvp wie die angesprochene schlachzugsuche ist eben komplett neu und es gibt auch eine reine seltenheitskategorie welche unvergänglich für eure gegenstände darstellt bedeutet ihr könnt gegenstände auch upgraden was auch eine coole sache ist was ich aber letztendlich sagen muss rift ist für mich ein ziemlich interessanter wo wie ersatz wenn man auf diese art ich nenne es von oldschool mmorpgs steht das ist ein mmorpg was vom pv lebt was ein sehr sehr interessantes für mich gelungenes pvp bietet ich persönlich finde die seelen immer noch eine coole sache dass man unterschiedliche seelen kombinieren kann um eine eigene klasse mehr oder weniger darzustellen aber das addon hat mich persönlich nicht hundertprozentig überzeugt was meine ich damit ich habe nichts in diesem eron gesagt wo ich gesagt habe bohr dafür lohnt sich der kauf definitiv mir fehlt zum beispiel eben 1 2 3 neue seelen mir fehlt vielleicht eine komplett neue rasse ich hatte ein bisschen mehr erwartet von einem er und was eben zwischen 20 und 50 euro kostet je nachdem was für eine version ihr kaufen möchtet heißt dass ich den kauf nicht empfehle das würde ich so nicht sagen ich würde euch eher empfehlen schaut euch rift erstmal an spielt mal die kostenlose version denn diese ist natürlich auch geupgradet worden und hat von den neuerungen denn des neuen addons natürlich auch profitiert gerade weil viele spieler unterwegs sind und ihr selbst als low leveler ab level 10 den sofort abenteuer teilnehmen könnt und somit sehr sehr schnell anschluss an andere findet und in der blieb beschreibung ist ein link zu meinen kommt ihr da auf die seite von sternfall profiteiung könnt euch genau durchlesen was bietet das spiel euch ein paar trailer angucken ein paar sachen die eben ein bisschen detaillierter ja dargestellt sind ihr könnt euch dort aber auch die kostenlose version runterladen und das ist eben meine empfehlung ladet euch die kostenlose version runter spielt das spielt mal so fünf bis zehn stunden dann werdet ihr schon merken gefällt euch das spiel oder gefällt es euch eben nicht wenn es euch gefällt werdet ihr automatisch bis level 65 level und wenn ihr dann immer noch spaß daran habt dann finde ich persönlich dass sich der kauf des addons durchaus lohnt wenn ihr aber schon während der level phase merkte okay irgendwie springt der funkel nicht über irgendwie spricht mich das ganze nicht an dann würde ich sagen ist rift wahrscheinlich nicht unbedingt was für euch und ihr solltet euch vielleicht doch ein anderes mmorpg anschauen wie gesagt das ist meine meinung zu rift und sternfall prophezeiung ich bin sehr gespannt auf eure kommentare und meinung schreibt mir gerne unten rein was ihr davon haltet ob ihr sagt ja rift habe ich gespielt wollte ich mir vielleicht eher anschauen oder vielleicht bringt es spricht es euch jetzt an und ihr guckt euch mal die free to play version an und kauft es euch danach oder vielleicht auch nicht schreibt gerne alles unten rein und natürlich hoffe ich auch wir sehen uns in meinem nächsten video und bis dahin ciao ich bin da mal raus bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video